Jeden Freitag und Samstag, Disney Channel Lieblingsfilme. Tag ein, Tag aus die Welt retten? Kann ganz schön anstrengend sein. Manchmal wünsche ich mir ein ruhigeres Leben. Mal entspannen und eine Familie gründen. Doch wohin mit zu viel Kraft? Im Haushalt helfen? Kinder erschrecken? Oder auf bessere Zeiten warten? Wir haben für Sie eine neue Mission. Raus aus der Rente, rein in die Rettungsmission. Kinder, ich hab euch gesagt, ihr sollt euch anschnallen. Eine schrecklich starke Familie. Super duper, Dad. Die Unglaublichen, Freitag 20.15 Uhr.